Musik Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Wissensschätze, euer Format vom Osiris Verlag. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Heute wird es auf jeden Fall wieder richtig spannend. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mit dem Oliver Gerstedt schon mal ein Interview gemacht zu diesem Thema Philadelphia-Experiment. Und für alle, die eben genau mal genauer reinschauen wollen, es gibt nämlich eine neue Auflage dazu, auch eine erweiterte Auflage. Genau darüber wollen wir nämlich heute reden. Und wenn ihr euch dafür interessiert, zum Beispiel für Hyperraum, Zeitreise-Experimente, Paralleluniversen, dann seid ihr heute genau hier richtig. Denn darüber wollen wir heute dezidiert mal sprechen. Und eine kleine Neuauflage, wie gesagt, auch von dem Interview mal wagen, denn es gibt in der Tat dazu immer wieder auch mal neue Erkenntnisse. Und dann werden wir doch einfach mal gespannt sein, was der liebe Oliver uns heute zu erzählen hat. Ich grüße dich erstmal. Danke Patrick für die schöne Einführung. Warum war denn einfach eine Neuauflage notwendig? Philadelphia-Experiment liegt schon eine ganze Weile zurück. Und sind denn immer wieder neue Akten aufgetaucht? Oder hast du neue Erkenntnisse aus diesen Dingen gezogen? Was fasziniert dich eigentlich nach wie vor an diesem Thema? Es ist so, dass seit dem Jahr 2003, als ich das Buch zum ersten Mal geschrieben hatte, ist doch einiges auf der Welt passiert, was seine Wurzeln zum Teil schon in dieser Zeit dieser Experimente, es geht ja nicht um Philadelphia, sondern auch um Montag, 40 Jahre später, die Wurzeln sind also auch dort zu finden. Und deswegen hat sich da sehr viel ereignet, was eigentlich mit dem zu tun hat. Versuchen wir aber für den Zuschauer nochmal so eine kleine Einführung zu machen. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ja, das Thema ist eigentlich damals zu mir gekommen. Also Philadelphia hat mit Zeitreisen zu tun. Ich habe ja mit Andreas von Rethi damals viel gemacht, Ende der, oder Mitte der 90er Jahre. Und da kam eben auch eine seltsame Geschichte auf mich zu. Ein Mann, der angerufen hat auf einer Geheimnummer, die er nicht wissen konnte, und behauptet hat, er kommt aus dem Jahr 2088. Und über diese Geschichte habe ich mich immer wirklich stark mit diesem Zeitreisen-Thema auseinandergesetzt und bin dann auf sehr interessante Zusammenhänge gestoßen. Und zwar, dass es nicht nur das Philadelphia-Experiment 1943 gab, sondern dass es ein Teil von drei Projekten war. Und das erste war 1923 in Bayern. Wenn du es jetzt vielleicht schon in den ersten Minuten mal beantworten möchtest, vielleicht so als kleinen Cliffhanger oder sowas. Sind für dich Zeitreisen etwas Reelles, wo du sagst, alle Fakten, die ich kenne, sprechen dafür oder dagegen? Ja, also für mich ist das ganz klar, dass man gerade jetzt bei Montag 1983 Zeitreisen durchgeführt hat. Es gibt ja auch Hinweise darauf, Zeitspuren. Ich habe im Buch mein eigenes Kapitel Zeitspuren, wo man Überlieferungen hat, dass plötzlich irgendwelche Leute aufgetaucht sind, die einen modernen Kugelschreiber dabei gehabt haben. Oder der Setos-Tempel in Ägypten, da findet man Abbildungen vom Hubschrauber, von einem amerikanischen Militärhubschrauber, von einem U-Boot und, und, und. Also definitiv wurde da was gemacht. Maschinenpistole war, glaube ich, oder sowas in der Art. Maschinengewehr war dabei, genau. Also man kann konstatieren, es gibt also Phänomene auf dieser Welt, die gar nicht anders zu erklären wären. Entweder mit einer anderen Technologie wäre eine Möglichkeit oder eben in der Tat die Möglichkeit von Zeitreisen. Nun schließt ja auch selbst die moderne Physik Zeitreisen kategorisch eigentlich gar nicht aus. Also selbst die Formeln, die wir aktuell nutzen, und da wissen wir ja auch, das mit Vorsicht zu genießen, weil das vermutlich noch ein erweitertes Bild gibt, wo das ein bisschen anders funktionieren könnte. Aber es ist zumindestens mal nicht undenkbar. Was glaubst du, was es denn mit Menschen macht, die sich mit diesen Themen heute zum ersten Mal beschäftigen? Natürlich wird jemand, der zum ersten Mal sowas hört, leicht verwirrt sein, vorsichtig gesagt. Aber wenn man sich ein bisschen einliest, wenn man ein bisschen die Daten, die man hat, oder die Informationen, die man hat, vergleicht und nachvollzieht, dann merkt man, da ist mehr dran, als man vielleicht glauben möchte. Oder man möchte mehr glauben, aber es ist einfach erst mal schlichtweg so überwältigend, weil es eben ein anderes Weltbild ein Stück weit voraussetzt. Oder es mehr zeigt eigentlich von dem, was da ist. Und natürlich werden wir das nicht in den 8 Uhr Nachrichten hören. Und viele Informationen sind halt einfach nicht für jeden zugänglich. Also das dritte Projekt, das Montag-Projekt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, da gab es einige Bücher drüber, aber zurzeit, glaube ich, ist noch ein einziges Buch erhältlich. Alle anderen sind vergriffen. Man kommt eigentlich gar nicht mehr ran an diese Informationen. Und ich habe ihm damals das Buch geschrieben, weil ich gesagt habe, ich muss den Leuten die gesamte Geschichte aufzeigen, das Gesamtprojekt, also alle drei Projekte und was für Folgen das gehabt hat, jetzt auch für unsere Gegenwart. Das sind ja auch noch die drei Bücher, Alternative 1, 2 und 3, die da auch mit einer natürlichen Rolle mitspielen. Ich kann mich noch gut entsinnen, so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre war das auch bei mir ein Riesenthema, gerade als ich das Montaug das erste Mal gehört habe. Dann im Zusammenhang auch mit Harp und so weiter. Das sind ja alles auch Themen, die ja heute alle wieder auf den Tisch kommen. Das ist richtig. Und wenn man sieht, seit 2003, haben wir ja ganz besondere Zeit, seit 2003 ist die Welt nicht mehr so gesteuert, wie es vorher war. Ich habe es im Buch ausführlich geschrieben. Warum? Weil eben praktisch da eine bestimmte Macht, die hier nichts Gutes getan hat, wieder abgezogen ist. Und wir haben natürlich jetzt noch immer mit den Problemen zu kämpfen, mit dem, was die angerichtet haben, auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt kommt es auf die Menschheit an, jetzt kommt es auf uns an, wie wir uns weiter verhalten, letztendlich. Wir haben jetzt schon sehr viele, zumindest, ich glaube mal, so einen wunderbaren Anteasern, worum es eigentlich geht bei diesen Projekten. Wir reden natürlich über Geheimgesellschaften, wir reden natürlich von Black Projects, die das Militär gemacht hat, einfach um mal zu gucken, was geht. Und man darf ja immer nicht vergessen bei der Sache, nur weil heute nichts mehr davon gehört wird. Heißt das ja nicht, dass die mit den Experimenten durch sind oder dass irgendwie dann wieder, ach na ja, haben wir was rausgefunden, aber machen wir jetzt nicht mehr. Ja, also so wird es ja dann offiziell immer gesagt. Aber lass uns doch mal ganz zu Anfang einfangen. Es gibt einen Film zum Beispiel, wo das sehr gut umgesetzt worden ist. Auch da gibt es sehr gute Überschneidungen im Sinne dessen, wer hat den denn produziert, welche Leute waren denn da mit dabei. Verrat uns doch mal ein bisschen was darüber. Also die meisten Leute, die Philadelphia Experiment hören, denken zuerst an diesen Spielfilm, den es da mal gab. Der wurde 1984, kam der raus, 83 produziert, 84 kam er raus. Wurde in England gedreht, übrigens in den selben Studios, wo auch Star Wars gedreht wurde. Und dieser Film zeigt eigentlich schon relativ gut, was wirklich passiert ist beim Philadelphia Experiment. Interessant ist auch für die die Leute draußen zu wissen, dass als der Film nach Amerika in die Kinos kam, er dort sofort abgesetzt wurde, von der Regierung abgesetzt wurde. Es ist ein unerwünschter Film. Erst, glaube ich, aus 1986 durfte der Film frei in den USA gezeigt werden. Das heißt, da ist schon sehr viel Sprengstoff drin. Viele Leute in Amerika, die sagen, wir wollen diese Informationen nicht draußen haben. Und die Geschichte im Film war eben, dass ein Kriegsschiff der US-Marine direkt während des Zweiten Weltkriegs praktisch für das Radar unsichtbar gemacht werden sollte, mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern. Und bei dem Experiment dann mehr oder weniger etwas schief lief. Das heißt, das Schiff verschwand plötzlich, war wirklich weg und kam nach einiger Zeit zwar wieder zurück, allerdings war die Mannschaft ziemlich getroffen oder betroffen. Es gab sehr viele Tote, Leute waren in die Schiffswand eingebacken, stecken lebend im Stahl. Viele andere waren plötzlich weg, die waren verschwunden, keiner wusste wohin. Und in dem Film war es bereits so, dass das, das gezeigt wurde, dieses Schiff ging in den Hyperraum, also in einem Raum, oberhalb von Raum und Zeit. Und einige der Besatzungsmitglieder sprangen über Bord und landeten bei einem anderen Projekt 40 Jahre später. Und da wurde eigentlich schon gezeigt, Montauk. Nur wurde das im Film nicht nach Long Island versetzt, sondern in die Wüste von Nevada. War natürlich ein gewisser Hinweis auf die Area 51. Und wie gesagt, der Film brachte schon sehr, sehr viel Wichtiges, sehr viel Übereinstimmung. Man wusste nicht genau, wer der richtige Produzent war. Es gab da immer so Vermutungen. Und später stellte sich heraus, dass höchstwahrscheinlich der Mark Hamill, derjenige war, der den Film damals produziert hat, den kennen die meisten aus Krieg der Sterne als Luke Skywalker. Ich meine, wann immer eine Regierung sagt, nee, den Film wollen wir nicht zeigen, können wir der Bevölkerung nicht zeigen, ist natürlich klar, werden die Leute immer hellhörig. Das ist ja heute nichts anderes, wenn YouTube ein Video löscht oder sowas. Erst recht dann gucken es ja die Leute. Eigentlich absurd, aber genau so ist es ja, weil da muss ja was da dran sein. Wenn das jetzt natürlich eine reine Fantasiegeschichte wäre, könnte man ja sagen, naja gut, das ist ja überhaupt kein Problem. Was ich interessant aber an dem Thema finde, ist eigentlich, wie man angefangen hat, weil das sind auch die Themen, mit denen ich mich früher dann beschäftigt habe, nämlich was kann man denn mit elektromagnetischen Feldern machen? Heute ist es ein zentrales Thema, wenn es um kalte Fusion geht oder zumindest in die Richtung wiederzugehen oder auch dieser Teilchenbeschleuniger, der eben halt genau mit diesen Feldern ja arbeitet. Aber ganz offenkundig wusste man das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht und hat so die ersten Erfahrungen gemacht. Und die waren dann natürlich dementsprechend völlig fantastisch. Genau. Das war das, was nach außen hin vermittelt wurde. Später hat sich herausgestellt, dass das Ganze eine geplante Geschichte war, dass das kein Zufall war, kein Unfall war, was mit der Eldritch, so hieß das Schiff, passiert ist, sondern es war eine ganz geplante Aktion von einer anderen Macht. Und El Bilek, El Bilek war einer, der damals als Matrose an Bord war und dann im Montagprojekt 40 Jahre später gelandet ist, der hat ja später sehr viele Vorträge auch zu diesem Thema gehalten. El Bilek hat gesagt, dass man bereits damals wusste, im Princeton-Institut für vorgeschrittene Techniken ganz genau wusste, dass zum Beispiel die fünfte Dimension eine zweite Zeitdimension ist, was wir heute offiziell noch gar nicht wissen. Aber damals wurde das in Princeton schon herausgefunden. Und letztendlich hat man mit diesem Wissen versucht, die Eldritch in den Hyperraum zu bringen. und das ist ja auch so passiert. Und das ist sehr interessant. Das heißt also, nach außen hin hat man den Anschein erweckt, es geht eigentlich um Radartechnologie oder zumindest Schiffe, Militär vor Radar letzten Endes zu verstecken. Genau. Es ging eigentlich darum, offiziell ein Kriegsschiff mehr oder weniger unsichtbar für das Radar zu machen. Also nicht unsichtbar an sich, sondern nur für das Radar. Die Radarstrahlen ums Schiff herumzulenken. Ja. Also im Prinzip die gleiche Geschichte, die man ja uns heute bei Haber erzählt, dass es rein um Atmosphärenforschung geht. Genau. Hat mit Wetter nichts zu tun. Ja, ich verstehe. Vielleicht geben wir jetzt so einen kleinen, ich meine am Ende, liebe Zuschauer, es ist klar, die meisten Informationen stehen natürlich im Buch drinnen und natürlich wollen wir hier auch ein bisschen den Anreiz geben, gerade in der Zeit, wo wir sonst immer nur mit Corona zu tun haben, sich auch einfach mal mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir doch jetzt mal einen kleinen Einstieg wagen. Wie ist denn dieses Experiment im eigentlichen Sinne? abgelaufen? Also, es war so, dass ein Schiff zur Verfügung gestellt wurde von der US-Marine und der Test beziehungsweise das Projekt hat stattgefunden im Marinehafen von Philadelphia. Es war in den Jahren 42 und 43, 42 war die Vorbereitungszeit. Interessanterweise war der Leiter des Projekts 1942, der allseits bekannte Nikola Tesla, der dann aber gewarnt hat, dass das Projekt zwar so hinhauen würde, allerdings würde es für die Mannschaft große Probleme geben. Und er hat dann sogar das ganze Projekt mehr oder weniger, ja, er hat gegen das Projekt gearbeitet, er hat versucht, das mehr oder weniger zu verhindern und wurde dann ausgetauscht. Man hat Tesla ausgetauscht, es kam dann ein gewisser von Neumann, Johann von Neumann und hat mehr oder weniger dann das Ganze durchgeführt, so wie es geplant war. Das heißt, das Schiff ist ja verschwunden, erinnere ich mich richtig jetzt, es ist natürlich ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe, aber ich erinnere mich richtig, dass es da aber trotzdem irgendwo aufgetaucht ist, wo sogar Leute berichtet haben, das Schiff war da. Ja, als es dann losging, als praktisch das ganze Instrumentarium hochgefahren wurde, war plötzlich ein grüner Nebel ums Schiff, ums ganze Schiff ein grüner Nebel, deswegen habe ich auch das so am Cover drauf und nach einer gewissen Zeit war das Schiff plötzlich verschwunden. Aber man hat berichtet, dass zur selben Zeit das Schiff in Norfolk, das ist so ungefähr 200 Meilen weg davon, das war nämlich der Heimathafen der USS Eldridge in Norfolk aufgetaucht ist, man hat es gesehen, es gibt einige Zeugen, die das Schiff gesehen haben, dann ist es wieder verschwunden und war weg, Hyperraum. Kann damit zu tun haben, dass praktisch der atomare Abdruck dieses Schiffes im Heimathafen eben auch ein Grund war, warum das Schiff vielleicht erst dorthin fluktuiert ist. das ist quasi irgendwie miteinander dann schon zusammenhängt, man könnte das heute im weitesten Sinne möglicherweise als diese Art Quantenverschränkung verstehen, dass da einfach gewisse Resonanzen sind und dass das der Winkel genau dort auftaucht. Haben denn überhaupt Besatzungsmitglieder mal abgesehen von Elbilek das in irgendeiner Art und Weise überlebt, gab es da noch mal Berichte drüber, sind Leute an die Öffentlichkeit mit diesem Thema gegangen? Ja, es ist ja so, dass praktisch mehrere Leute über Bord gesprungen sind, also wir wissen von vier Matrosen, die über Bord gesprungen sind und dann im Nachfolgeprojekt gelandet sind 1984 auf Long Island und alle vier sind bekannt, man kennt sie, man weiß, wer das war, sie haben sich auch später eben getroffen, haben auch Informationen nach draußen gebracht, das war zum einen Elbilek, den ich gerade genannt habe, der damals aber noch Cameron hieß, dann sein Bruder Duncan Cameron, dann Johannes von Gruber, der dann unter dem Namen Stuart Sverdlov mehr oder weniger bekannt wurde und noch eine Person. Aber es ist schon interessant, dass ein mitten im Zweiten Weltkrieg 1943 sich an Bord dieses wichtigen Experiments ein deutscher Offizier befindet mit dem Namen Johannes von Gruber. Schon da müsste man sagen, irgendwas ist ja faul im Staate. Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil auch das war für mich die Verbindung, die eigentlich schon immer interessant war, weil man weiß ja auch aus dem Dritten Reich, dass es ja gibt es ja auch genügend Bücher drüber zum Thema Flugscheiben, Superwaffen, was haben die denn eigentlich entwickelt, Glocke, Jenseitsflugmaschine, also das sind alles Themen, die irgendwie unmittelbar miteinander zu tun haben. und ich denke mir immer, überleg doch mal, Mensch, das ist jetzt, sagen wir mal, nehmen wir ruhig mal die Zeit zwischen 40 und 45, das ist 80 Jahre her, was in der Zeit, wenn diese Technologie da ist, geheim gehalten wurde das natürlich oder sowas, wo stehen wir denn da eigentlich heute, ja, also was wäre da möglich an Technologien und wir, ich bin jetzt auch kein großer Trump-Fan, aber immer wieder hört man von dem auch, es werden Technologien kommen, die wir uns nie hätten träumen lassen können und so weiter, also ich versuche so ein bisschen die Zuschauer aus dieser alten Zeit mal in die Neuzeit mitzunehmen, wo gibt es denn so einen Parallelen, ja, dass es Geheimhaltung gibt und sowas, ich hatte es glaube ich in meiner anderen Sendung schon mal erzählt, ich hatte mal das große Vergnügen mit einem russischen Wissenschaftler aus der Akademie der Wissenschaften zu sprechen und wir haben uns so ein bisschen versucht in Englisch halt auszutauschen von Technologien und ich habe mir dann nochmal die Frage gestellt, was er glaubt, wie weit sind wir denn eigentlich von der Technologie weiter als das, was wir eigentlich heute präsentiert bekommen und mein Gefühl sagte so, ja, 50, 70 Jahre vielleicht und er sagte, naja, realistisch sind wahrscheinlich eher 100 bis 150 Jahre und wenn man jetzt überlegt, wenn du nur einen Bruchteil davon hinhaut und wir übertragen das eigentlich in die Neuzeit, da gäbe es auch viele Lösungen zum Thema Energiegewinnung und überhaupt Antriebstechnologien und, 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 da sind wir ja dann am Ende ganz schnell wieder bei den Black Projects und immer wieder führt das aber zurück auf diese Experimente mit Philadelphia und Montauk, die irgendwie so den Startschuss gelegt haben, was man so an Infos bekommt zumindest, oder? Ja, und es führt auch zurück zum Beginn einer extraterrestrieren Komponente, also einer außerirdischen Komponente, die da hineinspielt, weil diejenigen, die da beteiligt waren, eben gesagt haben, komischerweise haben sie dann sehr seltsame Wesen gesehen und es wurden auch UFOs gesichtet. Ich glaube, drei Tage bevor der Test stattfand in Philadelphia, waren drei UFOs über der Eldridge, wurden von vielen Leuten gesehen. Also es wurde irgendwie schon das Ganze beobachtet von bestimmten Mächten, sage ich mal, und ich habe ja dann später herausgefunden, dass letztendlich das Ganze eine abgekartete Sache war, diese Experimente und das Ganze eben begann 1923 mit dem Projekt Jenseits Flugmaschine in Bayern, wo ein kleines Tor gerissen wurde in die Raumzeit und durch dieses kleine Tor kam eine Vorhut einer uns nicht wohlgesonnenen extraterrestrischen Gruppe zu uns. Da sind wir ja ganz schnell auch wieder dann später bei Men in Black und solche Sachen, die ja auch verfilmt worden sind oder thematisiert worden sind. Grundsätzlich, klar, das Thema UFO hatten wir ja auch schon in einer der ersten Sendungen mit den Zwischenfällen eben in Südafrika. Also wenn man diese Puzzleteile irgendwie von überall her bekommt und so ein bisschen zusammenfügt, ergibt sich irgendwie ein anderes Weltbild mit anderen Dimensionen möglicherweise, Hyperraumforschung, was auch immer das sein mag, dann, ich glaube, es geht doch gar nicht darum, 100% das zu verstehen. Es gibt ja auch gute Indizien, dass eigentlich im Zern da auch nichts viel anderes gemacht wird, als zu versuchen, letzten Endes auch wieder da, wieder Tore aufzumachen. Also es ist gar nicht darum geht, Teilchen aneinander aufeinander zu schießen und zu gucken, was kommt da raus. Es gab auch, das ist vielleicht eine Sache, die ich da sehr aktuell mit einfügen möchte, als ich das Buch 2003 geschrieben habe, 2004 kam es raus zum ersten Mal, war es eben so, dass man gedacht habe, so, jetzt ist eigentlich nicht mehr viel in die Richtung, wird jetzt aktuell gemacht. Aber es hat sich dann später herausgestellt, es kamen immer wieder Aussagen von Whistleblower aus der Area 51, die gesagt haben, dort wird irgendwie in die Richtung weitergearbeitet in der Area 51 und das hat sich dann auch herausgestellt, dass es tatsächlich so zu sein schien. Ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt, dass ich ein seltsames Telefonat hatte, das war 1998 war das, es ging voraus, dass mich zwei junge Leute angerufen haben, dessen Freund, der zu dem Zeitpunkt schon beim Unfall ums Leben kam, sich in die Area 51 hineingehackt hatte, ein Hacker. Und die beiden haben eben über zwei andere Personen den Weg zu mir gefunden. Interessant auch, dass die anderen beiden Personen, über die die gekommen sind, sich später beide selbst umgebracht haben sollen. Und die haben mich plötzlich angerufen und haben gesagt, ob ich mich mit der Area 51 auskenne. Da habe ich gesagt, ich weiß Bescheid, allerdings habe ich einen Freund, Andreas von Reti, der ist eigentlich spezialisiert auf, hat zwei Bücher über das Thema geschrieben. Und dann haben die gesagt, ja, ob sie die Telefonnummer von Andreas von Reti haben könnten. Und ich habe gesagt, da muss ich erst fragen, ob ich die Nummer so weitergeben darf. Die haben mir ein bisschen was erzählt, also was für Informationen da rausgeholt wurden aus der Area 51. Ich habe dann gesagt, pass auf, machen wir es so, ruft nochmal an in einer Viertelstunde, ich versuche ihn zu erreichen. Und in der Zwischenzeit, ich hatte zwei Telefonnummer, auch eine Geheimnummer, die eigentlich so keiner kannte, läutet das Telefon auf der Geheimnummer und da war eine männliche Stimme dran, die gesagt hat, auf Deutsch, die jungen Leute sollen sofort mit dieser Sache aufhören, sonst wird man sie isolieren müssen. Und dann habe ich gesagt, Moment, wer sind Sie eigentlich, wie heißen Sie, wo kommen Sie her, wie kommen Sie ab zu dieser Nummer, das spielt keine Rolle, nennen Sie mich einfach Herr Schmidt vom Sicherheitsdienst. Und dann hat dieser Mann behauptet, es geht da um bestimmte Informationen, um eine Akte, die im Jahr 2088 geschlossen wurde. Also wir waren im Jahr 1998, als das passiert ist und er redet von einer Akte, die 2088 geschlossen wurde. Er hat auch behauptet, er selbst war schon im Jahr 2088 und hat unter anderem auch gesagt, es wird sich in nächster Zeit einiges ereignen, das sehr wichtig ist, und zwar in den Jahren 2008 und 2020. So. Und ich habe die Sache eigentlich schon lang nicht mehr so beachtet gehabt, als ich plötzlich nach dieser ganzen Corona-Geschichte, die hier abläuft, gesagt habe, da war doch was mit 2020. habe dann meine Unterlagen rausgesucht. Es gibt auch ein Buch von Andreas von Rieti aus dem Jahr 2000, wo man die Geschichte auch nachlesen kann, also mit genau diesen Zahlen. Da kann man also sehen, im Jahr 2000 steht hier 2008 und 2020. Und da muss ich sagen, hat sich wieder bestätigt, dass da wirklich was dran sein muss, wenn der Mann sich so genau schon 1998 auf bestimmte Jahre einlässt. 2008 war ja der Finanzcrash und 2020 haben wir jetzt diese seltsame Corona-Krise. Schauen wir mal, was so auf uns zukommt bis 2088, sage ich mal. Ich würde gerne, weil das ja auch im Buch nochmal zentrales Thema ist, gerne nochmal auf genau dieses Thema der Zeitverschiebungen kommen, auch auf das Thema der Prophezeiungen. Es scheinen also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das hängt dann wieder mit Montauk zusammen, scheinen ja viele dieser Prophezeiungen, die in alten Zeiten gemacht worden sind und selbst welche in der Neuzeit, scheinen ja eingetroffen zu sein, nur ab einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich nicht mehr. Und das erscheint mir auch noch auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, was man mit reinnehmen soll in die Sendung. Wie verhält sich das? Dieses Montauk-Projekt wurde von den Leuten, die dort mitbeteiligt waren, absichtlich zerstört am 12. August 1983. Und das hat dazu geführt, dass wir ab diesem Zeitpunkt in einer anderen Zeitlinie sind. Das heißt, es gibt verschiedene Zeitlinien, man kann das verändern und die Propheten vor 83 haben schon recht gehabt, aber in der Zeitlinie, in der sie das gesehen haben. Wir sind seit 83 aber praktisch, es verästelt sich, sind wir in einer anderen Zeitlinie. Das heißt, wir sind jetzt auf einem anderen Gleis und von daher gesehen sind diese Sachen nicht mehr eingetroffen oder nur ganz abgeschwächt eingetroffen, weil es gibt Sachen, wo eben schon vorher eine gewisse Ursache gesetzt wird und dann kommt es abgeschwächt. Aber wenn ich mich heute mit Prophezeiungen, die jetzt aktuell interessant sind, beschäftige, dann mit Leuten, mit Sehern, in Anführungszeichen, die das Ganze nach 83 gesagt haben oder die aktuell, wie der Martin Zoller zum Beispiel, die aktuell ihre Aussagen machen, weil alles, was vor 83 war, eigentlich hinfällig ist. Man muss mal wissen bei Prophezeiungen, dass das ja auch bloß ein View ist, würde ich jetzt mal sagen, der nicht immer eintreffen muss. Es gibt also auch Dinge, wo man eigentlich wusste, das und das wird passieren und dann innerhalb weniger Stunden, Tage oder sowas das ganze System gekippt ist. Also nichts ist immer 100%. Aber es tauchen, es gibt ja auch gute Recherchen zu diesem Thema Prophezeiung oder überhaupt europäische Prophetie, wo das mal jemand auseinanderklamüsert hat oder sowas, wie viel da eigentlich übereinstimmt und was ist eingetroffen und das ist schon sehr, sehr nah beieinander immer wieder. Aber es scheint eben genau so zu sein, wie du gerade sagst, dass es über einen gewissen Zeitraum nicht mehr gesehen werden kann. Ich sage zum Beispiel Irlmaier, das ist ein ganz bekannter Seher aus Bayern, der wirklich sehr genau die Sagen vorausgesagt hat, alles eingetroffen, aber seit den 80er Jahren kann man es als erledigt betroffen sein. Ja, zumindest wird dann die Lage sehr dünn. Das merkt man schon. Und gerade, wenn man sich mal mit Irlmaier genauso auseinandersetzt, also was hat der Mann für einen Werdegang, was hat der eigentlich gemacht, wie ist der angegriffen worden vom Staat und so weiter und so fort. Das ist auch immer wieder hochspannend und zeigt natürlich auch, irgendwas muss ja dran sein, sonst würden die das nicht machen. Ja, das ist schon beachtlich, wie gesagt, wo wir eigentlich heute leben, welche Technologien eigentlich theoretisch denkbar wären, wenn man auch nur einen Bruchteil davon annimmt, dass man das weiterentwickelt hat. Man weiß das ja auch zum Beispiel, du hast angesprochen, Area 51, die ganzen MK-Ultra-Programme, die das Militär zugegeben hat, dass sie es gemacht haben. Aber um sich zu schützen, haben sie dann gesagt, naja, das haben wir jetzt alles eingestampft. Und jetzt muss man überlegen, würde ein militärisch-industrieller Komplex, wenn es darum geht, den Menschen zu kontrollieren, also genauestens rauszufinden, wie funktioniert der, nicht nur chemisch, physikalisch, sondern emotional, mit unterschiedlichen Feldern, elektromagnetischen Feldern, das wären die doch nicht einfach, ja, nee, das machen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, die Forschung. Also ich muss sagen, vor ungefähr 15, 20 Jahren wurde ja bekannt, dass die US-Geheimdienste mit Remote Viewern gearbeitet haben oder Remote Viewing entwickelt haben, diese Fairwahrnehmung, also diese Technik des Hellsehens und sich alle gefragt haben, warum wird das öffentlich gemacht, warum sagen sie uns das, ja. Und ein schlauer Kopf, der sich viel mit Geheimdiensten auseinandersetzt, der sagt, wenn das öffentlich gemacht ist, haben sie schon was Besseres. Ja. Und das heißt, es wurde damals vermutet, dass die wirklich gesteuerte Astralreisen machen können. Und nicht umsonst wird sowas dann der Öffentlichkeit überlassen, obwohl die meisten Leute es heute noch nicht glauben würden, aber es gibt die Leute, es gibt die Remote Viewer, es gibt die Soldaten, die gesagt haben, wir haben da und da mitgearbeitet. Ja. Natürlich jemand, der es an seinem Weltbild gar nicht rütteln möchte, also auch keinen Sinn für vielleicht mal Fantastisches hat. Das klingt ja erstmal fantastisch. Und es geht ja nicht darum, glauben oder zu sagen, 100% so war es. Aber wenn man viele Bücher gelesen hat und sich mal umgeschaut hat und das setzt natürlich eine gewisse Eigenverantwortung voraus, dann merkt man, dass es überall so ein paar Indizien gibt. Immer wieder kommen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen genau auf diese Thematik drauf zu. Übrigens gab es vor Jahren im Science, glaube ich, einen Artikel oder sowas, wo ja sogar ganz normale klassische Physiker gesagt haben, wenn man sich über das Thema der Mehrdimensionalität beschäftigt oder Multiversen beschäftigt, kommt man nicht drum herum anzunehmen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, also blaue oder grüne Schuhe morgens, immer real sind. In die eine Welt leben wir. Ich habe heute für mich für die blauen entschieden. Die entsteht. Aber die mit denen, wo ich die grünen Schuhe anhabe, entsteht auch, nur eben quantenverschränkt, also quasi unmittelbar neben uns, aber nicht wahrnehmbar. Und erst jetzt, in diesen Zeiten, kommen wir immer mehr, auch Wissenschaftler dazu, dass da viel dran sein könnte, weil viele Dinge auch gar nicht mehr anders erklärbar sind. Beim Monster-Projekt hat man ja versucht, bestimmte, wie soll ich sagen, Tests zu machen. Es wurden Leute verschickt in die Vergangenheit und zwar mit einem ganz gezielten Auftrag, in der Vergangenheit etwas zu verändern, um zu sehen, ob es eine Auswirkung auf unsere Gegenwart hat. Und da haben die eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Die haben die Entdeckung gemacht, wenn ich jetzt irgendetwas in der Vergangenheit verändere, einen Paradoxon schaffe, Großvater-Paradoxon, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt in die Vergangenheit gehen und töte meinen Großvater, bevor er meinen Vater zeugen kann, dann ist es ein Paradoxon, weil mich gibt es ja dann gar nicht, wie soll ich dann zurückgehen und das erledigen. Dann haben die festgestellt, wenn sowas auftritt, spaltet sich die Zeit. Das heißt, es gibt in dem Moment ab dem Zeitpunkt ein Paralleluniversum, eine Paralleldimension. Eine Dimension, in der es mich gibt, eine, in der es mich nicht gibt. Ist ja im Prinzip genau, das ist ja interessant, das ist ja genau das, was uns eigentlich Hollywood in allen Zeitreisefilmen, die es so gibt, immer wieder versucht einzutrichtern, genau dieses Zeitparadoxon. Obwohl die Wissenschaft sagt, naja, wenn Zeitreisen, dann eher genau auf diesem Weg. Es spaltet sich dann ab, es sind zwei parallele Realitäten, die beide real sind. In der einen existierst du eben und in der anderen nicht mehr. Genau. Also da sieht man auch wieder, wie Hollywood versucht uns dann wenigstens auf, ja, okay, Zeitreisen, wenn wir schon, ja, dann aber dann so. Das heißt, wir können nicht zurück und einen Hitler töten und das wäre jetzt hier der Dritte Weltkrieg oder das Dritte Reich hätte es nie gegeben. Es war ja so, dass Al Bilek selbst gesagt hat, also einer der Hauptbeteiligten selbst gesagt hat, man hat Versuche gemacht und dann festgestellt, aufgrund des Versuchs gibt es eine Paralleldimension, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Also nicht meine Information, sondern von dem Amerikaner Al Bilek. Und interessanterweise gab es einen zweiten Spielfilm viel, viele Jahre später. Vaterland. Das hieß Philadelphia Experiment Teil 2. Ach, nicht eh meinst du, okay. Und da war es tatsächlich so, da wurde eine Zukunft skizziert oder eine Welt skizziert, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Durch einen Eingriff aus unserer Gegenwart, eine Zeitreisegeschichte, in der Deutschland in den Besitz einer Atombombe kam, aus unserer Zeit und damit Washington bombardiert hat und so den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Also Hollywood ist da immer schon sehr, sehr weit mit den Informationen. Und es gibt noch einen anderen Film und der heißt direkt Vaterland. Ich weiß nicht, glaube ich auch 90er Jahre irgendwann produziert mit Rodger Howard damals noch. Auch in diesem Film hat Nazi-Deutschland gewonnen. Und man zeigt dann quasi, wie das über ganz Europa sozusagen herrscht. Das Ende ist mir nicht mehr geläufig. Aber ich fand den Film damals interessant, trotz aller dessen, wie das umgesetzt worden ist, weil da auch gefühlt viel drin war an Themen und ich sagte, das klingt sehr fantastisch. Das klingt alles ein bisschen abgehoben. Aber ich habe mich aber auch schon immer für solche Sachen eben halt Zeitreise. Ich kann mich entsinnen. Wir haben als Kinder sogar schon uns über die Möglichkeiten unterhalten. Was wäre, wenn? Das ist nicht für jeden was, aber für die, die das interessiert, die finden zumindest mal auch in deinen Büchern immer wieder Hinweise da drauf. Dieses Thema können wir irgendwie nicht, wir kriegen es nicht raus. Es bleibt präsent. Egal, wie man um es dreht. Was wären jetzt für dich eigentlich, sagen wir mal so, noch vielleicht drei, vier Punkte, wo du sagst, das ist wichtig, das sind nochmal ganz wichtige Themen, auch in der Neuauflage, in dem Buch drin. Warum lohnt es sich also, sich heute nochmal damit zu beschäftigen? Weil man vielleicht dann auch besser versteht, was gerade passiert auf der Welt. Weil man versteht, warum zurzeit solche Umbrüche da sind. Und ich habe damals ein Zusatzkapitel nachgemacht am Schluss, also dass es wichtig ist, wie sich die Menschen jetzt verhalten, dass die Menschen jetzt wirklich einmal mehr oder weniger aufstehen oder etwas tun. Weil es wurde uns die Möglichkeit gegeben, 2003 uns von unseren Ketten zu lösen, sage ich mal. Aber dazu muss man auch was tun. Und jetzt kommt es auf die Menschheit an. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil immer mehr Leute aufwachen. Und dann sieht es. Das Thema der Eigenverantwortung ist auch etwas, was immer mehr steigt. Und gerade gucken wir uns heute mal, einfach überlegen, wir sind ja beide schon ein bisschen länger im Thema, was allein in den letzten 20 Jahren möglich ist. Vor 20 Jahren wäre es nicht möglich gewesen, über so ein Thema zu sprechen. Also ohne, dass du völlig, ja, als geistesgestört oder sowas in Geld giltst, das wirst du am eigenen Leid vermutlich noch bis zu einem gewissen Punkt erfahren haben. Natürlich, wenn man Bücher über Zeitreisen schreibt. Aber heute ist es salonfähiger geworden, es ist gesellschaftsfähiger geworden. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass da immer nur die Wahrheit drinsteht, also generell in irgendwelchen Büchern. Aber es öffnet mal den Geist, auch sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mit fantastischen Dingen sich zu beschäftigen, gerade in der heutigen Zeit. Und die Vergangenheit zeigt uns auch, wie können wir damit umgehen. Es gibt immer Möglichkeiten. Und ganz offenkundig auch, nicht nur die höheren Kräfte aus der dunklen Ebene, sondern eben halt auch die höheren Kräfte aus der hellen Ebene würde man heute wahrscheinlich sagen. Und das ist auch noch nicht ganz geklärt wahrscheinlich, inwieweit hat die Menschheit eigentlich damit zu tun, zwischen dem Kampf, genau die ich hier möchte. Stehen wir da dazwischen? Sind wir entscheidend dafür? Ganz zentrale Fragen eigentlich unserer Zeit und auch aus unserer gewissen Spiritualität heraus. Genau. Denn da ging es ja auch, wenn ich mich recht entsinne, auch beim Montau-Projekt auch da drum. Du brauchtest Menschen, die gewisse Fähigkeiten haben. Richtig, richtig. Ideale Fähigkeiten. Richtig. Da machst du das nächste Thema auf. Genau. Gibt es das überhaupt? Gedankenübertragung, Gedankenlesen. Allein schon dann die Technologie, wie die das dann geschafft haben, diese Zeitreisen durchzuführen, indem sie praktisch, man hat ja eigentlich mit sehr viel Energie aus der Energie Materie erschaffen. Weil Materie ist ja nichts anderes wie unglaublich zusammengeballte Energie. Und genau das hat man gemacht. Also da saß einer in einem Stuhl, in dem sogenannten Montau-Chair, umgeben von Tesla-Spulen. Seine Gedanken wurden abgenommen durch diese Spulen und dann praktisch so verstärkt energetisch, dass sich dieser Gegenstand, an den er jetzt gedacht hat, zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Ball, der sich materialisiert hat. Und da hat man eben nach gewissen Experimenten festgestellt, Moment, da gab es so eine Art Zeitverschiebung. Irgendwie ist der Ball erst später gekommen. Und dann hat man festgestellt, man hat hier die Raumzeit verändert und hat so praktisch weitergearbeitet. Und vielen Menschen sind diese Phänomene ja bekannt. Sei es Déjà-vu zum Beispiel, Erlebnisse, wo man heute auch eher davon ausgeht, da macht man nochmal einen ganz kurzen Sprung nach hinten und erlebt die gleiche Situation nochmal. Aus der klassischen Psychologie weiß man nämlich nicht, wo es herkommt. Aber der Quantenphysiker hat schon eher nochmal Erklärungen dafür. Und auch da sieht man wieder die Indizien. Irgendwas ist da. Und liebe Zuschauer, wenn ihr euch genau dafür interessiert, mal da reinzugucken, was könnte es denn da noch mehr geben. Natürlich, der Osiris Verlag ist natürlich ein Sammelsorium an solchen Büchern. Auch das Thema UFOs bleibt natürlich nicht ungeklärt. Das Thema Außerirdische gibt es das überhaupt und so weiter und so fort. Ist also auch ein hochinteressantes Thema. Und natürlich kommen wir dann auch an solchen Experimenten nicht drum herum. Ich bin sehr gespannt, wie wir in welchen 10, 20 Jahren drüber reden, welche Experimente dann offenkundig sind, wo man weiß, das ist aus den 40ern. Ich erinnere da nochmal. Das ist 80 Jahre her. Muss ich noch dazu sagen, ausschlaggebend, dass das überhaupt stattfinden hat können, alle drei Experimente, war die Tatsache, dass die Erde einen gewissen eigenen Biorhythmus hat und dass es einen Höhepunkt alle 20 Jahre gibt. Immer am 12. August, also 1923, 1943, 63, 83 und jetzt haben wir bald wieder eine neue in den 12. August 2023. Mal schauen. Ist auch nicht mehr so allzu weit weg. Und wir leben in spannenden Umbruchzeiten, das kann man auf jeden Fall konstatieren und zwar weltweit. Und dank Corona muss man ja eigentlich sagen, wachen nicht nur sehr viele auf, aber Corona sorgt auch dafür, dass es im Augenblick gar keine andere Themen mehr gibt. Ja, ja. Also wenn man jetzt mal bleibt und wir überlegen uns mal, welche Verschwörung könnte denn dahinter stecken, dann ist es ja genau vielleicht die, wer weiß, was auf dem Planeten gerade passiert, was vielleicht im Hyperraum passiert, was im Universum gerade passiert, was dann Corona gerade nicht betrachtet wird. Eine große Ablenkung findet statt. Irgendetwas passiert und wir werden abgelenkt, woanders hinzuschauen. Ja, so scheint es zumindest auch auszusehen. Das würde ich auch so sehen. Ich danke dir erstmal nochmal für die Neuauflage überhaupt nochmal dieser Sendung. Wir haben jetzt bewusst darauf verzichtet, alles nun genauer zu beschreiben. Ich denke, dafür ist eben halt auch, ja, du hast es wie immer beim Osiris Verlag, wie ich das zu schätzen gelernt habe, auf wenigen Seiten die wichtigsten Infos drin. Es ist nicht nur etwas für Neuanfänger, die sagen, oh, damit möchte ich mich mal beschäftigen, ist ein ganz zentrales Thema, sondern auch immer wieder für Leute, die schon vielleicht ein bisschen länger dabei sind und einfach nochmal nachlesen möchten. Es ist immer wieder erstaunlich. Es wurden sehr viele Informationen verarbeitet, weil ein gewerbsmäßiger Auto hätte wahrscheinlich ein dreiteiliges Werk gemacht. Mir ging es darum, die Information zu bündeln, zu vernetzen und so zu bringen. Das schätzen wir ja auch. Genau darum ist es auch für uns immer wichtig, wie gesagt, das hatten wir jetzt in den vielen, vielen Sendungen immer wieder auch, dieses Thema, dass gerade die Autoren im Osiris Verlag ganz offenkundig in der Lage sind, in ganz wenigen Wörtern, um es mal gut zu sagen. Wir gucken jetzt mal hier an deine Wand, da gibt es Bücher, die sind so dick. Es steht aber, ja klar, steht viel drin, aber das Gesagte ist nicht immer das, was der Kern der Geschichte ist. Und das halte ich auch trotzdem für einen wichtigen Punkt, das sind wir mal wieder zu erwähnen, dass es hier Informationen gibt, die durchaus auch sehr kompakt sind, weil viel drumherum brauche ich nicht. Und wenn ich mehr wissen möchte, gibt es ja genügend weitere Bücher, so ist es ja nicht. Und das ist schon wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit, Informationen zu komprimieren, so gut aufzuarbeiten, wie es geht. Und deswegen gibt es ja seit kurzem eben halt oder zumindest auf jeden Fall auch eine Neuauflage. Und ich bin mir sicher, wenn neue Informationen kommen, wird es auch die nächste wieder geben, weil dieses Thema wird uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Denn, und das ist meine Überzeugung, deswegen machen wir das ja auch nochmal, hier sind viele Grundlagen drin, auch für die Zeit, die auf uns zukommt. Zurzeit wachen sehr viele Leute auf, sehr viele Leute merken, dass hier was nicht stimmt, Corona. Also ich habe vor kurzem erst gesagt, ich habe es ja, oder wir haben es ja selber miterlebt, der 11. September damals sind sehr viele Leute aufgewacht, aber zurzeit wachen, glaube ich, fünf oder zehnmal so viele Leute auf. Und es ist ganz wichtig, dass die jetzt gewisse Informationen nachholen, die sie noch nicht haben. Ja. Wie ist es dazu entstanden? Die meisten heute Tage, glaube ich, fragen sich, kann es so etwas wie eine weltweite Verschwörung geben? Ist das überhaupt realistisch? Weil es wie so spricht vollkommen ihrem Weltbild. Und erst, wenn man natürlich sich ein bisschen auf diese Reise begeben hat und an unterschiedlichen vielen Punkten, an unterschiedlich vielen Themen immer gemerkt hat, Moment mal, das wird unterdrückt, das wird gedeckelt, da will man nicht drüber reden, aber irgendwie weiß man es doch, weil dann tauchen NASA-Berichte auf, irgendwelche Wissenschaftler erzählen was, es steht im Science ein kleiner Artikel wieder drin, wie elektromagnetische Wellen mit unserer DNA zusammenhängen und, 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 und. Und wenn man dieses Wissen hat, dann wird es viel einfacher, gewisse Strukturen zu erkennen, die auf diesem Planeten ganz klar da sind und die es einfacher machen, genau diesen, das zu erkennen, was eigentlich hier gerade passiert. Genau. Ja. Und so beenden wir auch die Sendung. Dann genau darum geht es, auch für sich das mal zu erkennen. Und da helfen natürlich genau solche Informationen. Im nächsten Video übrigens, liebe Zuschauer, werden wir schon genau darauf eingehen, was können wir eigentlich alle selber machen? Was ist, was hast du denn diese ominöse Eigenverantwortung? Wie können wir unsere Glaubenssätze verändern? Wie können wir überhaupt so eine Realität, die hier zum Teil beschrieben wird, wie können wir die denn leben? Wie können wir die denn ertragen? Das ist ja auch ein Riesenthema heutzutage. Da hat man auch das Thema mit dem Herrn Kramer, dem Psychologen. Wie gehe ich denn mit solchen Informationen überhaupt um? Genau. Was mache ich einfach dann damit? Denn Wissen ist eine Sache, Anwenden ist immer unter die andere. Genau. Und da wollen wir Unterstützung geben. Und da bedanke ich mich natürlich bei dir, dass du auch immer wieder bereit bist, neue Autoren, neues Wissen immer wieder zu verbreiten. Kein Problem, ich bedanke mich bei dir. Ich auch. Ja, liebe Zuschauer, dann ist doch, würde ich sagen, alles gesagt. Einfach mal reinschauen. Es sind ältere Themen, ältere Informationen, neue sind auch mit dabei, aber ein ganz zentraler Punkt, was vor 80 Jahren schon möglich war. Hochspannend. Ihr solltet das lesen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Euer Wissensverlag und Wissensschätze. Tschüss. Ciao. 9 Wissensverlag und Wissensverlag